Meine Aufgabe sind Automatisierungsprojekte im Team auszuarbeiten. Wir machen dann die mechanische Umsetzung von der Anlage, können nachher die fertige Anlage in der Produktion in den Betrieb nehmen und schulen dann nachher auch die jeweiligen Mitarbeiter auf der Anlage darauf arbeiten. Die Herausforderung ist die bestmögliche Automatisierungsmöglichkeit zum Binden, umzusetzen, dass es nachher für die Mitarbeit in der Produktion durch die Anlage eine Erleichterung gibt. Das Schönste ist, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, das Projekt umzusetzen, dass es da nicht einen Weg gibt, der richtig ist und natürlich dann nachher auch wenn die Anlage in der Produktion sauber läuft. Das ist immer was Schönes dann anzuschauen.